Warum haben Sie beide sich getrennt? Sie hat sich von mir getrennt. Den Grund weiß ich bis heute nicht. Wann hat die Angeklagte sich von Ihnen getrennt? Das war am 20. Oktober im letzten Jahr. Kam es einen besonderen Anlass? Eigentlich nicht wirklich. Sie kam abends nach Hause und stürzte sofort in ihr Arbeitszimmer. Ich bin natürlich hinterhergerannt, weil ich wissen wollte, was los ist. Aber sie hat die Tür abgeschlossen und ich stand davor und wollte rein, aber sie ließ mich nicht rein. Sie hat die ganze Nacht geweint und ich stand da und konnte nichts machen. Irgendwann mitten in der Nacht schob sie einen Zettel durch die Tür unten durch und da drauf stand, dass sie sich von mir trennen will und dass ich nicht um sie kämpfen soll. Ich war natürlich völlig fertig. Am nächsten Tag stand sie mit ihren Koffern in der Tür und ist einfach gegangen. Das ist das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Bis natürlich auf die Nacht, wo sie bei mir vor der Haustür saß. Ich meine, ich habe natürlich versucht, sie irgendwie über Handy zu erreichen, aber sie hat ihr Handy abgestellt. Nicht mal ihre Freundin wusste, wo sie ist. Und bei Verwandten haben Sie da mal versucht nachzuhören? Nein, das geht nicht. Also ihre Mutter ist gestorben, als sie acht war bei einem Autounfall. Und ihr Vater sitzt in einem Pflegeheim. Er hatte 2006 einen ziemlich schlimmen Schlaganfall. Und ich hatte keine Chance, an irgendjemanden ranzukommen, der sie kennt. Wie war die Angeklagte früher? Sie war eine super frohe Natur. Sie war total positiv. Sie hat Leute gerne zum Lachen gebracht. Sie war sehr enthusiastisch, was ihren Job anging. Und das ist auch das, was ich immer an ihr beneidet habe, dass sie so enthusiastisch und so klasse an ihrem Job gehangen hat und da auch so viel reingesteckt hat. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie ihren Traum einfach aufgegeben hat, von heute auf morgen. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ey, man, Nathalie, bitte. Ey, du kannst nicht einfach in meinem Leben auftauchen nach mehreren Monaten. Dann bist du da, dann bist du wieder weg. Und dann, ich meine, das ist einfach keine Art. Sorry, das funktioniert so nicht. Die Angeklagte hat uns vorhin erzählt, dass sie sich wegen der Trennung von Ihnen danach ihre Stelle im Krankenhaus aufgegeben habe, wegen Konzentrationsstörungen, meine ich mich zu erinnern. Das kann ja jetzt zeitlich überhaupt nicht stimmen. Nee, 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 das stimmt nicht. Sie hat erst gekündigt und dann hat sie sich von mir getrennt. Ah. Also ich habe mich natürlich noch die ganze Zeit gefragt, ob irgendwas vorgefallen ist auf der Arbeit, ob da irgendwas war, aber ich weiß es halt auch nicht. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Mein Gott, verstehe das doch mal, bitte. Noch Fragen an den Zeugen Holsten? Nein, danke. Dann möchte ich mit der Freundin der Angeklagten fortsetzen. Julia Winterbach, bitte, nehmen Sie bitte an der Seite Platz, die auch eine Arbeitskollegin in weiteren Sinne von Ihnen war. Frau Winterbach, bitte nehmen Sie doch hier vorne Platz. Frau Winterbach, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Ihr Vorname ist Julia, Sie sind 33 Jahre alt und wohnen in Frankfurt am Main. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin OP-Schwester. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja, das ist richtig. Als gute Freundin und auch Arbeitskollegin, man hat zusammengearbeitet, haben Sie ja sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Die Angeklagte soll im Oktober 2010 sich plötzlich sehr verändert haben. Hat sie das? Ja, und das ist mir bis heute ein Rätsel. In Nathalies Leben lief gerade alles so gut. Sie war auf dem besten Weg, eine erfolgreiche Chirurgin zu werden und stand auch kurz vor ihrer Hochzeit mit Sven. Mensch, Nathalie, ich verstehe dich einfach nicht mehr. Was ist los mit dir? Wir konnten doch immer über alles reden. Ich habe einfach ein bisschen Abstand gebraucht. Ist das so abwegig? Ja, ist es. Und warum bist du plötzlich bei Sven aufgetaucht und danach wieder abgetaucht? Es ist unfair, was du machst. Weißt du eigentlich, wie sehr er dich liebt und unter eurer Trennung leidet? Mensch, immer wenn es Probleme gibt, dann ziehst du dich einfach zurück. Das einzige Problem, das ich im Moment habe, ist, dass ich hier vor Gericht sitze und mich nicht erinnern kann. Ach ja? Und warum hast du damals im Oktober deine Stelle gekündigt? Mensch, gerade als es am besten lief. Wofür hast du so lange studiert und deinen Doktor gemacht? Nur damit ich es verstehe. Gerade in dem Zeitpunkt, als es am besten lief. Beruflich bei der Angeklagten? Inwiefern? Ja, ungefähr so eine Woche vor ihrer Kündigung hat sie eine sensationelle OP geschafft. Vergiss doch mal bitte diese beschissene OP. Das war eine OP wie jede andere auch. Das war es nicht und das weißt du ganz genau, Nathalie. Was für eine OP war das denn? Ach, ja, das war so ein Typ, der war an dem Abend in eine heftige Schießerei geraten und war durch einen Bauchschuss lebensgefährlich verletzt. Der Patient hatte schon so viel Blut verloren, dass also auch niemand mehr auf ihn gewettet hätte. Aber Nathalie, sie hat es geschafft, ihm das Leben zu retten. Deshalb, also, aber ich weiß es nicht, irgendwie hat sie sehr, sehr komisch auf diesen Mann reagiert. Vor der OP oder nach der OP? Ja, es ging an dem Tag drunter und drüber. Deshalb war es sogar schon da, als man ihm seine Jacke und seinen Pullover ausgezogen hat. In dem Moment kam auch Nathalie vorbei und hat sich forschbar erschrocken. Ich habe gefragt, was los ist, aber sie hat nichts gesagt. Jetzt lass dir, das ist scheißegal hier. Nein, nein, sie hat also nur auf seine Tätowierung am Unterarm gestarrt, ist dann ganz plötzlich auf die Toilette gerannt. Julia, lass gut sein, bitte. Nein, Nathalie, so noch fünf Minuten kam sie dann circa wieder und ja, hat so getan, als wenn nichts gewesen wäre. Mehrfach ließ der Mann, Frau Winterberg. Wie hieß der? Julia, jetzt hör auf, es ist wirklich egal. Wenn es so egal ist, dann kann ich es ihr erzählen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer das war. Er hatte damals keine Papiere bei sich. Aber Sie sagten doch, er hatte eine Tätowierung auf dem Unterarm. Vielleicht konnte man es darüber rauskriegen. Was für eine Tätowierung war das denn? Das haben wir nun viele Tätowierungen. Da stand mit großen Buchstaben Fuck. F-U-C-K. Ja, richtig. Sehr geschmeinkvoll. Frau Dr. Jobbich, ganz direkt. Wie heißt dieser Mann und woher kannten Sie ihn? Schauen Sie, Frau Dr. Jobbich, ich weiß jetzt nicht im Moment, woher auch, ob er irgendwas mit dem Tod von Mike Fortmeier zu tun hat. Aber mit Ihren Veränderungen definitiv. Und das ist eine Sache, die mit Sicherheit auch den Sachverständigen interessiert. Denn es geht ja hier auch um § 20, 21. Jedenfalls ist hochseltsam, wie Sie auf diesen Mann vor der Operation reagiert haben. Bis hin zur Aufgabe der Arbeitsstelle. Natürlich ganz genauso. Frau Vorsitzende, es sollte kein Problem sein. Ich werde mich darum kümmern, das Ganze herauszubekommen über das Krankenhaus. Ich glaube, so eine Tätowierung fällt auf. Warum? Mit anderen Worten, Sie kennen diesen Mann. Also das, was Sie wissen, müssen Sie schon aktivieren und hier bringen, sonst kann Ihnen kein Mensch helfen. Können Sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nein, das können wir nicht. Frau Vorsitzende, ich kümmere mich darum, den Zürich herbeizutragen. Die Verhandlung wird dafür unterbrochen. Also Herr Grechel, irgendwas stimmt mit Ihrer Mandantin nicht. Schade, dass Sie so verschlossen ist. Ich kann dazu wenig beitragen. Ich habe es versucht, aber offensichtlich öffnet sie sich niemandem. Auch mir nicht. Klingt jedenfalls so, als ob Sie in Ihrem Leben schon mehr erlebt hätten. Und damit meine ich nicht unbedingt nur den Parkplatz. Ja. Hallo Frau Vorsitzende, Herr Verteidiger. Kommt Sie heute auch noch? Es hat ein bisschen gedauert. Tut mir leid. Zum Krankenhaus brauchte ich gar nicht mehr. Ich wusste, dass mir jemand mit so einer Tätowierung irgendwann schon mal über den Schreibtisch gelaufen ist. Ich habe ein bisschen gesucht und habe es rausgefunden, die Ermittlungsakte. Axel Leipold heißt der Mann, ist seit Jahren Polizei bekannt. Ja, umso besser. Dann können wir ihn ja gleich laden lassen, ne? Ja, Sie müssten die Ladung bitte dem städtischen Friedhof zustellen lassen, denn da liegt er seit geraumer Zeit. Er ist erschossen worden am 9.12.2010. Einen Monat nur, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Da muss ihn jemand nicht gemocht haben, wenn er gleich zweimal auf ihn schießt. Frau Vorsitzende, Sie hatten das ja gestattet. Ist das der Mann, von dem wir eben geredet haben, der operiert worden ist von der Angeklagten? Ja, das ist er. Eindeutig. Danke. Und? Sie kennen ihn, oder? Kennen Sie diesen Mann, Frau Dr. Joppich? Axel Leipold ist das. Auch der Name müsste Ihnen doch was sagen. Der hat bei Ihnen auf dem Operationstisch gelegen. Und Sie haben ihm das Leben gerettet durch Ihre hohe, große, ärztliche Kunst. Der ist übrigens mehrfach vorbestraft. Körperverletzungsdelikte, Drogengeschäfte, Raubüberfälle. Können Sie mir nichts dazu sagen? Die erste Schießerei, das erste Attentat auf ihn, das hat er überlebt. Das zweite aber nicht mehr. Nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, ist ein weiteres Mal auf ihn geschossen worden. Am 9. Dezember 2010. Und das hat er nicht mehr überlebt. Übrigens unter einer Eisenbahnbrücke Frau Vorsitzende hat das Ganze stattgefunden. Das ist ein beliebter Treffpunkt für Drogendealer. Täter sind noch nicht ermittelt worden. Das kann nicht sein. Wissen Sie, ich finde es nur so merkwürdig, Frau Dr. Joppich, dass Sie so merkwürdig auf diesen Mann reagieren, als er da bei Ihnen auf dem Operationstisch liegt. Und dass dieser Mann, nachdem er dann aus dem Krankenhaus entlassen wird, dass er danach erschossen wird. Das finde ich alles sehr merkwürdig. Und dass ihr Leben völlig aus der Bahn geraten ist, auch nachdem Sie ihn das erste Mal gesehen haben. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Der Mann ist mit Sicherheit, da können wir, glaube ich, Einigkeit erzielen, nicht per Zufall erschossen worden. Zumal man es erst versucht hat und erst beim zweiten Durchgang funktioniert hat. Aber sie hat ihn nicht erschossen und sie hat auch mit der Tat nichts zu tun. Erklären Sie mir doch mal, warum Ihre Mandantin so einen Hang zu Schwerkriminellen hat. Irgendwie zieht sie die Jungs doch an, oder ist das anders? Ich finde das merkwürdig und ich frage mich, ob Sie den Mann, den Sie erstochen haben, nicht irgendwoher auch kannten.